Bin ich das? Ich glaube, das soll nicht sein. So. Na, haben wir es? Äh. Friends for Friends in. Euer Coray Rap in Chun. Heute mit etwas ganz Besonderem. Und zwar habe ich Post bekommen. Liegt ein bisschen zurück, aber dennoch ist es so schön, dass es unbedingt mal gezeigt werden muss. Es wird ein Zweiteiler. In dem Fall wird diese Post geöffnet. Und dann zeige ich euch, was ich vor kurzem auch noch von einer anderen Klasse bekommen habe. Ich finde es einfach so schön, was sie mir schenken. Und es berührt mich so im Herzen, dass ich denke, ich muss es hier unbedingt mal vorzeigen. Hier handelt es sich um die Klasse 3D, als ich noch mit ihnen zusammengearbeitet habe. Mittlerweile die 4D der Christoph-Völdrich-Grundschule. Lieben Grüße an der Stelle auch an Maren, Franzi und Lidia. Das sind die drei Lehrerinnen, die mit aktiv waren bei unserem Projekt. Das Projekt heißt Zuckermensch, hieß Zuckermensch. Und es war ein Theaterstück, es war ein Song. Und ja, es ist ein unglaublich tolles Vorzeigeprojekt geworden. Hier kommt gleich der Titel auch. Ich spule mal ein bisschen mehr. Ja, zack. Und ich will gerade gucken, da steht es, Zuckermensch. Also sucht es einfach mal gerne raus auf unserem Kanal auf YouTube, Rap in Schulen. Unglaublich, richtig schön. Es ist wirklich ein Song, den ich sehr oft auch in den Klassen zeige, weil ich einfach stolz bin darauf, was sie geschafft haben. Oh, ich sehe direkt die Karte, die Maren, die Lehrerin der Klasse selber, mir geschickt hat. Happy Birthday. Ich bin dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Have a nice day. Liebst, Maren. Maren ist echt eine super tolle Person. Hat uns auch schon sehr, sehr viel geholfen bei Rap in Schulen. Und vielen lieben Dank, Maren. Ich bin auch super dankbar, dass wir uns kennengelernt haben. Schön, dass es dich gibt. Und eine tolle Klasse hast du. Liebe Grüße an euch alle übrigens. Liebe mittlerweile 4D. Der Christoph Völderich Grundschule. Dann haben wir hier. Happy Birthday, Koray. Ich lese immer seltener meinen Rappernamen, weil ich mich gar nicht mehr so vorstelle in den Klassen. Miss you, stay healthy. Party. I wish you a good day. From Laia. To Koray. Vielen lieben Dank dafür. Ja, die ganze Zeit so süße Sachen, die sie gebastelt haben. Schöne Schleife, die farbenfroh ist. Hier sehe ich jetzt nicht, wer es war. Aber auch danke dafür. Dann. Rap in Schulen. Ja, Leute. Merkt euch bitte. Rap in Schulen. In Schulen. Schulen. Es gibt Leute, die gucken Videos bei uns. Sagen immer noch Rap in Schule, Rap an Schule, Rap in Schulen. Ja, ist das Beste. Das hier bin ich. Viel zu hübsch gemalt, finde ich. Und von Joana für Koray. I wish you a good day, a big cake. Happy birthday. I wish you a good present. We miss you. Traumhaft. Ich danke sehr. Guck mal, die Box. So eine Box hätte ich auch gerne. Die ist ja größer als die Hälfte von mir. So, mehr als halb so groß wie ich. Dann haben wir hier Milana. I wish you a good and good day, a good, a big cake. And I wish you stay healthy, I miss you and thank you Milana for all. Liebe Milana, ich vermisse euch auch. Dankeschön auch für deine tolle Karte. Dann haben wir Erian. Ich probiere gerade den Namen zu... Also ich finde auf jeden Fall, das Ding ist schon mal cool. Ja, nix gegen die Karte. Aber ich glaube, da fehlt irgendwas am Namen. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Bitte schreibt mal an die Kommis, ob ich mich irre. Happy birthday, Koray. Ja, er hat es noch so geschrieben, wie ich gebürtig wirklich heiße. Champions, go, Fanclub. Danke dafür. Dann haben wir hier Happy birthday, Koray, stay healthy. Also alle wünschen mir gute Gesundheit. Ich danke euch vielmals dafür. Ja, das kommt an einem Tag, an dem ich ganz komisch... Ich bin gestern Abend um 22 Uhr aufgewacht. Wir haben es jetzt. Wir haben jetzt 12.30 Uhr und ich merke nichts davon. Ich bin hellwach. Ich habe die Nacht durchgemacht und habe gearbeitet, weil ich so still arbeiten konnte. Davor zu müde war zu arbeiten. Hab den halben Tag, also den ganzen Abend geschlafen bis um 10 Uhr. Und bin nach 6 Stunden jetzt immer noch 46 Stunden schlafen. Perfekt. Dann. Ja, 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 ja. Ich sehe es übrigens immer, wenn du auf YouTube streamst. Finde ich richtig cool, was du da machst. Auch, dass du nicht so frech sprichst. Also du spielst sehr oft gerne FIFA. Ich finde es richtig cool, dass du dich benimmst und nicht so wie andere bist. Und dann bin ich die ganze Zeit so rumrages. Happy birthday. I wish you a good day. I miss you. I wish you a big cake. Stay healthy. I wish you a good present. For Koray. Also, schöne Geschenke habe ich bekommen. Allein das hier, was ich von euch bekommen habe, ist schon ein tolles Geschenk. Danke dafür. Und auch, er wünscht mir, äh, bin ich das? Ich glaube, das soll nicht sein. Das sieht cool aus. Oder war das? Äh, sehr gut. Happy birthday. Hello, Koray. It is me, Dudu. Dudu. Dudu, ist das dein Ernst, Dudu? Ist das dein Ernst, Dudu? Bitte, ja? Also. I miss you very much and happy birthday. I wish you anything that you want. Have a nice day. Bye. Die Katze süß. Hält ein Herzchen. Dudu, dann bist du das. Wenn ich das bin, bist du das. Und cool ist halt, hier ist eine Katze. Und die hat dir gerade Fisch gegessen. Mach die Gretchen. Ja, wen haben wir hier? Von Salim. Rap in Schulen. Rap, klein geschrieben, Schulen, klein geschrieben. Aber es sei verziehen. Wie eine Chatnachricht, alles in kleinen Buchstaben. Und hier haben wir, ich weiß gar nicht, eine Käppi auf einem bunten Herzen. Sehr, sehr süß. Regenbogen. Ich mag Regenbogen. Du bist der beste, Koray. Ich vermisse dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Und deinen Kindern geht's genauso. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Was soll ich sagen, lieber Salim? Ich hoffe das auch. Ich bin sehr dankbar, dass ich euch kennenlernen durfte. Und dass wir so ein tolles Projekt hatten. Und dass ihr auch so toll gerappt habt. Unglaublich, was ihr drauf habt. Echt unglaublich. Ihr wart drittklässler, ihr habt einen Song bekommen. Ich hab den sechstklässlern vorgespielt. Ich hab den auch Oberschülern vorgespielt. Und viele konnten nicht fassen, dass ihr in der dritten Klasse schon so gut wart. Also unglaublich. Es ist auch sehr oft, dass die Leute sagen, oh, wie schön. Und das sehr emotional finden. Ich bin schon ziemlich stolz auf euch. Und glücklich, dass ich euch kennengelernt hab. Happy Birthday. I wish you a good day from Paul. Ja. Meine Handschrift. Ich hab vorhin eine Eins bekommen in Handschrift. Aber ich kann's, wenn man meine Handschrift heute sieht, gar nicht nachvollziehen. Und hier Rufweisen bringt Glück. Und ein Pokal mit einem Pferd drauf. Ich liebe Pferde. Sehr schön. Tipps sind immer toll. Für Koray. Oh, diesmal zum Falten. Was haben wir da? I miss you so, Koray. Happy Birthday. I miss you. Kommst du so weit wieder? Also ich wünsche mir auch wieder so schnell wie möglich bei euch an der Schule zu sein. Liebe Grüße an alle und alle Verantwortlichen. Gerne, gerne, gerne. Komm ich wieder an eure Schule. Einfach Bescheid sagen bei Bedarf. Freue ich mich sehr drüber. Genau. Und das von Melina. Melina auch sehr süß gebastelt. Regenbogen. Auch Pferdemotive. Sehr schön. Danke dafür, Melina. Und dann haben wir noch zwei. Oh, guck mal. Das mache ich ganz am Schluss. Das ist ganz geheimnisvoll. Das haben wir hier eine Sternschnuppe. Happy Birthday. Koray. Für Koray. Von Jamie. Jamie, vielen lieben Dank. Jamie, übrigens sehr, sehr cool. Du hast ja bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ich hoffe, du trägst dein Rap-in-Schulen-T-Shirt und bist ganz glücklich damit. Kriegt man auch im Shop Freunde. Kann man sich selber auch holen. Auch so eine Käppi, Handyhüllen, Kapuzenpullis. Und Jamie hatte bei einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen. Und hat es auch schon zugeschickt bekommen. Ich hoffe, alles ist perfekt. I miss you, Koray. A big cake, good luck von Damien. Damien, ich vermisse euch auch. Vielen lieben Dank. Auch cool. So mit dem Auf- und Zu-Machen. Ich dachte erst mal, wer war es? Okay, warte, hier unten ist noch was. Oh, guck mal. Noch ein geheimes Fach. Hier unten steht noch was drin. Alles Gute zum Geburtstag. Damien und alle anderen auch. Vielen lieben Dank dafür. Es ist echt super süß. Ich danke euch, dass ihr mich gedacht habt, dass ihr euch diese Mühen gemacht habt. Und eure Fantasie freien Lauf gelassen habt. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr seid ja noch jung. Und ich habe die Hoffnung, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal an eurer Grundschule sehen. Wo wir uns zusammen wieder ein tolles Projekt machen dürfen. Vor allem habt ihr jetzt schon Erfahrung vom ersten Mal. Und es kann ja nur noch besser werden, obwohl es schon krass war und toll war. Ansonsten an alle anderen. Guckt euch an hier auf dem YouTube-Kanal Rap in Schulen. Zuckermensch, so heißt der Song. Und wir haben da geschauspielert, wurde da in dem Video gerappt. Und da haltet euch Taschentücher bereit. Das ist wirklich unglaublich geworden. Ansonsten bleibt uns treu. Vielen lieben Dank. Kommentiert gerne. Gebt einen Daumen hoch oder runter, wie fandet ihr das Video. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, ob ich sowas häufiger machen soll. Ja, Koray. Peace out. Ciao. 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 號碗 decreasing. 어디 LANamis advoc letzt parte. ического paz oder mole Palmis filtration. Vielen Dank.